Oh, dann kommen wir zurück zu einer weiteren Folge, Treppensteigen. Oh, jetzt wird's noch rum. Okay. Na. Oh, Herr. Oh. Nein, ich muss erstmal nachlachen. Jetzt. Okay, mehr Hunde hier. Oh. Moment mal. Ach, da ist uns mal da gelaufen. Ah, okay, okay. Jetzt hält es halt. Ah, okay. Oh, gerade sagen wir, die sind die, die Offenbreche. Kommen wir gerade sehr bekannt vor. Ah. Ah, ich kann mich sogar an diese Brücke erinnern. Ich glaube, da oben ist das Gefängnis. Ist es da oben? Keine Ahnung. Irgendwie kann ich mich gerade daran erinnern. Das ist da oben, da oben ist da oben. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Ich finde dieses Gras unglaublich gut gemacht. Das ist ja etwas, was man bei der Doom-Engine eher selten hat. Äh, ja, weil ich halt dafür nicht optimiert ist, ne? Oh. Schlagebalk. Geil. Oh ja, gerade hier merkt man's richtig, ne? Mit der Kamera, ähm, Taschenlampe schockert es extrem. Boah, Alter. Ja, wie gesagt, die Taschenlampe mordt ist zwar ganz hilfreich, aber, ja. Da geht's lang. Die geht aber auch lang. Moment, wie kann man hier lang laufen? Oh, da hat er Doom-Secret. Ne. Momentchen mal. Na, verdammt. Das, ich, eigentlich wollte ich gerade ein bisschen schräg springen. Kann man hier nicht schräg? Ah, die kann man gar nicht. Okay. Da muss ich mich also schräg hinstellen. Verdammt. Oh, mein Gott. Man kann einfach weiterlaufen. Das ist wirklich ein Secret, kann das sein? Oder sehr schlechtes Level-Design. Ja, mach' ich einfach rüber. Ah, die kann man nicht. Ah, okay, jetzt mal Verwand drüber. Nevermind. So, dann, ähm, ja. Soviel dazu. Dann ist es wohl doch kein Secret. Achso, jetzt ne Tür. Aber auch diese öffnet sich nicht von dieser Seite. Ich glaub', wir beginnen das Level von hinten, kann das sein? Gut, hier geht's noch weiter. Aber das Level wird dann aber, ähm, wenn man nicht wieder da langlaufen kann und da unten irgendwo, äh, da unten war ja auch noch ne Tür irgendwo, da. Gott, das ist wieder super verwinkelt hier, ey. Hoffentlich finden wir hier irgendwo in der Map. Gar nix? Oh, doch. Balami. Oh, 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 quick, 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 game saved, äh, links, äh, das kann, Alter, sieht so geil aus hier. Oh, wir sind in Indien. Äh. Uh. Oh nein, erstmal dich, erstmal dich. Wie gesagt, der kann, äh, Ferneangriffe machen. Und da kommt noch einer. Das hör' ich. Ach, da. Nein. Warum bist du, oh, Alter, oh, scheiße. Warum, nee, das ist ja Bullshit. Warum spawnen auf einmal hinter uns welche? Das ist ja richtig fucked up. Oh. Oh, doch nicht. Hä? Oh. Verarschen oder so? Was ist das hier, was ist das für ein Leveldesign? Wo kommt der her? Wo kommt der her? Hier ist alles frei. Ah, Mann, na komm. Hör, guck mal, das runter einfach. So mir nix, hier nix. Digga, ich hasse sowas. Und, 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 und dann auch noch so billig gemacht. Was ist das so los? Wer hat denn diese Map erstellt? Da kriegst du ja direkt ein paar neue Platz, hans. Oh. Oh, was ist das mit dir hier? Aber hab ich's grad richtig gesehen? Ich glaub, die können... Oh. Oh nein, der will Stein werfen. Ich glaub, die können gar nicht hier rauf, oder? So wissens wirkt der gerade. Ja, sie können nicht rauf. Gut, das macht die Sache natürlich einfach. So, der eine hat jetzt immer noch Agro. Und er kann Angriffe machen. Oh, okay. Aua. Ist da zwei? Oh, lass mal laufen. Warum sind da zwei? Hey, helf uns meine Waffe. Oh nein, meine Waffe ist kaputt. So, da könnt ihr mal umbleiben. Äh, ich muss meine Waffe reparieren. Erstmal meine Waffe reparieren. Du nach da. Du nach da. Und der Kopf ist da. Perfekt. Dankeschön. So. Ja, ja, ich weiß, dass ihr böse seid. Aua. Ach, war ja klar. Oh, jetzt hört ihr hier auf dem Gitterfest. Cute. Boah, Alter, wir machen. Nein. Achso, wir haben gar keine Verwandte mehr. Äh, wo sind die? Da. Ich glaube, ich spack die mal doch lieber auf die drei. So, ganz ohne Verband ist ganz blöd. So, nehmen wir mal dich hier. Und nochmal. So. Alter, der ist... Wie er einfach gespawnt ist wie so ein Hurensohn. Ei, 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 ei. Ich glaub das nicht. Hat es ja... Wie gesagt, sowas ist echt das Billigste. Bei Horror Games. Oh, da ist nichts. Und ich habe Angst, dass sowas noch etwas passiert. Wenn ja, dann... 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 Dann welch, bitte ich. Dann mache ich... Äh... Dann... Dann mache ich einen auf Gronkh. Brenne das Spiel auf DVD und zerbreche sie einfach. Entschuldigung. Ja, ist ja gut. Beruhigen Sie sich, mein Herr. Kommen Sie mal her. Hadouken. Ah, halt erst mal. Das ist halt immer genau das, was ich meine. Du musst halt wirklich immer warten, bis der Balken unten komplett ist, damit der dann jetzt so... Oh, Alter. Siehst du, wo ich jetzt so halte? Und mehr bot dann nicht auf. Das heißt, ich... 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 Kann so lange stehen, wie ich möchte. Ich muss wirklich loslassen. Warten, bis der Balken komplett ist. Und jetzt kann ich auch ausholen, damit der Ding auflädt. Das ist so dumm. Hab ich schon gesagt, wie dumm das Ganze ist? So, hier hat jemand Wasser gedroppt. Ich glaube, der hat sich vor... 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 Vor schrecklich in die Hose gemacht. Wie ist es eigentlich? Wenn ich jetzt hier ganz häufig Stamina verbrauche, indem ich die Waffen da hinten halte, wieder los lasse, hinten halte, wieder los lasse, fahre ich dabei Hunger? Ne, ne? Ne, ich glaube nicht. Okay. Okay, kann man nicht hoch? Ne, kann man nicht hoch. Gut, dann gibt es doch nichts. Ah, wir sind jetzt wieder hier. Nur etwas her. Ist das die Tür, die wir vorhin geöffnet haben? Ach ja, klar, genau, wir sind da runter. Ah, okay, dann ist das also schon mal ein schöner Kreis. Auch nett. Ähm, wo müssen wir jetzt hin? Da ist eine Tür, habe ich die bereits benutzt? Ich habe keine Ahnung. Achso, klar, das ist die Tür, die hier, wo wir da rauskommen. Oh Gott, die Treppe ist aber wahrscheinlich schon lang. So, dann sind wir wieder hier, genau, das ist die Tür. Ja, okay, 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 okay. Äh, wir müssen wieder nach da oben. Dann müssen wir mal gucken, wo geht es denn jetzt weiter? Gott, sicher ich. Warum gibt es hier keine Minimap? Wir waren jetzt gerade hier, ne? Genau, wir waren hier. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter. Da blinkt was, okay. Oh. Gut, also hier geht es schon mal weiter. Da geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Oh, Obst und Gemüse. Sieht sehr frisch aus. Da geht es auch nicht weiter. Gut, okay, dann gehen wir doch jetzt mal in die Tür rein. Kann man da raufspringen? Nee, das habe ich nicht. Na gut. Mal versucht werden. So. Hier ist es wieder recht dunkle. Hier sind doch komische Geräusche. Oh. Was ist das? Aua. Nein, lauf doch zurück. Mann. So, einer ist aktiv geworden. Ah, komm mal her. Los, los, los. Das Summoner, das Summonerbau noch auf. Oh, Alter. Warum braucht man das Summoner so ewig zum Aufbauen? Ich verstehe das nicht. Tja, oder? Ich meine. Gut, wenn wir vielleicht auch noch gegen ein richtiges Monster kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, hier eine Munition zu verschwinden. Was? Was denn? Auch nur auf dem Geist? Aua. Ey. Oh, aua. Berühren Sie sich mal her. Wo geht es hier lang? Oh, jawohl. Alter, was zur Hölle? Oh. Naja. Danke. Achso, blutig? Ja. Hm. Bin noch fast tot. Danke dafür. Oh, ein Geheimweg. Geheimer Geheim... Oh, wow. Ah. Alter, ich bin mit der Situation echt unzufrieden. Oh, wo ist er jetzt schon wieder? Wo kommt er denn? Oh, klopft euch. Lauf rein, rein. Ey. Verdammt. Das ist ja dekrimierend. Okay. Nächstes Mal, wenn ich sterbe, gehe ich raus. Ähm. Und vor allen Dingen, dass jetzt mal das Taschenlop an ist. Ich muss gucken. Los, 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 los da ist so fucked up da fallen nicht so viele geister aber ich würde es bei der geister wenn du die geister brauchst, ich glaube nur die links klicken ich probiere einfach mal was? ich wollte hä? ich wollte die verspeichern nein Junge Laden DC Sahne of a bitch wo bin ich gerade? Nein Schnell, baust damit auf Nein Ach fuck Leck mich Das ist doch bullshit Wir machen den Raum später So Gucken wir mal hier Also hier haben wir bereits geguckt Wie die mal gleich Sachen werfen wollen Hadoken Ah, danke So Ich gehe vor allem schon wieder viel zu einer ran Äh, ich kann nicht laufen Was ist hinter mir? Ach da Gar zu verwinkelt hier alles Ah Offen von der anderen Seite Hm Oh Sieht schnick aus So schön offen hier mit der Mitte rund Decke Und da geht's hoch Oh Oh Einmal Einmal Kleber Ja Dann werden wir ja kein Kleber mehr Genau Oh Und nur noch Wieder eine Pole Da geht's nicht weiter Ah Weißt du warum? Da ist eine Tür Hier ist gar nichts Oh Schon sehr geil Gut Dann geht's jetzt also hier weiter Autosave Okay Warum bewegt sich das Kamerabild Je nachdem wie wir uns Was ist das? Was ist das? Hinter Personen? Äh Aber warum Sound ist eigentlich keine Pause Also einer wo man auch das Bild sieht Bleibt Aber so sieht man gar nichts Aber siehst du aus Als wenn da zwei Personen Also auf jedem Bildschirm Eine Person zu sehen ist Need a key Wer hat's gedacht? Ja und hier genau Hier ist das schwarze Kabel Da geht die Brücke runter Okay Das heißt hier kommen wir auch nicht weiter Und mehr als das hier Gibt's aber auch nicht Also Oh Ah Der kommt gar nicht weiter hoch Kann das sein? Nein Oh das ist ja jetzt Bullshit Hä? Ach der existiert gar nicht mehr Ja gut Ah ja guck mal Jetzt ist er tot Wer hat's gedacht? Was? Der überlebt ein Doppelhieb-Hieb? Geht doch Okay Dann müssen wir doch in den anderen Räumen da rein Oh alter Gar kein Bock Da ist echt so ein Raum Auf den hab ich gar kein Bock So ist jetzt hier doch Der Gena gespawnt Die sieht nicht so aus Und wir haben Hunger Das ist Ähm Hat der nicht so welche Harpunpfeile aufgesammelt? Ach ne der war ja hier in dem Raum Wobei ja Ja okay Das heißt wir können Tatsächlich die Opune gebrauch Kann man die Pfeile wieder aufsammeln? Wenn man die verschossen hat? Das würde mich mal hart interessieren Wenn ja Das ist eine ganz Ganz brauchbare Waffe Gut Je nachdem wie stark Dieser Opune ist Keine Ahnung Äh Ach guck mal Wir haben zweimal Wodka Wir haben zweimal Verband Können wir ja hier Äh wieder Verband Wodka Nein Ich würde Junge Geh mir das Du kommst Ach da Dankeschön Hey Brauchst du mir hier Perfekt So 37 Wow Wie auch kann man die stacken? Scheint der halt schon Nettlich zu sein So die Dinger brauchen wir eigentlich gar nicht Da wir eine Taschenlampe haben Äh Wie viel haben wir hier von eigentlich? HP The type of steroid that stops hunger for five minutes Wow Haben wir so viele von? Ich sehe Ich habe keine Nacke Äh Okay Brauchen wir so was? Hm Ich meine Können wir höchstens gucken Wenn wir sehr viel Also Von einer Armee Von Feinden sind So Dass wir extrem viel Stamina verbrauchen Dann brauchen wir da Der nicht immer Andauernd Was futtern Danach denn So Ansonsten Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Achso Genau Wir wollten So Perfekt Achso Scheiße Jetzt habe ich gar nicht geguckt Egal Egal So Eigentlich können die Äpfel auch mit nach da oben Dann ist hier so unsere 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 Essenszeile Überall dass das auch Essen ist Ich bin verwirrt Dann kommt das halt mit nach da Und du Kommst nach da Perfekt Okay Dann einmal Raus Weiter Oh doch Neuen Versuch Oh nein Oh nein Oh nein Dei Nein Hey Wieso kann ich nicht Schuhauen Oh Leute Diese Stamina Das ist Die Stamina So eine Krux So Also erstmal wieder den einen Typen Aber Verbrühe ich halt Ich kann die hinten Nicht weiter nach hinten Es funktioniert nicht Warum geht diese Scheiß Tür zu? So Es bleibt da Nein Es bleibt nicht da Aber ich habe wieder aufgeladen Jawohl 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 Alles sieht gut aus Was ist das? Komm her Komm her Dankeschön So Jetzt haben wir schon mal die beiden stärkeren Gegner So Jetzt ist die Frage Die Die Geister Die müsste ich auch so mit dem Mit der Sind die überhaupt? Mit der primären Attacke Erledigt bekommen Ach von da kommen sie Natürlich wird irgendeine Falle Mann Über diese Hinterhalte Ey Wieso Jedoch Alter Das halt nicht direkt hintereinander kurz Also Das halt nach jedem Schlag Irgendwann warten musst Das ist ein bisschen Deprimierend Du kannst keine Kiepe kurz und kurz Hintereinander ausführen Wir müssen so eine Dreifachkombi machen Weil die meint doch am Anfang Dass man mit Dreimal zuhauen kann Und das dann halt als Kombo Aber Wenn halt da hier im Schlag Erstmal eine halbe Stunde warten muss Würdest du da eine Kombo machen? Das verstehe ich gerade nicht wirklich Ich meine Wie das jetzt im Reißkleck funktioniert Mit dem nach vorne sprinten dabei Okay Das haben wir jetzt mittlerweile Ein bisschen gut gemeistert Aber diese primäre Attacke Ist immer noch ein bisschen gaga Ich habe keine Ahnung Was das Spiel von mir möchte Keine Ahnung Also erstmal hier lang Nochmal diesen Geheimweg hier Geheimwegen Da bin ich mal gespannt Wie stark dieser Kapu denn jetzt eigentlich ist Können wir die Kapu noch gleich mal hier In unseren Quick Slot packen Das Solop brauchen wir jetzt eh erstmal nicht Solange wir dafür nur vier Kugeln haben You are to cap Was? Das ist deprimierend Das ist die Pfeile so schwer Scheiße, die man dann Haaa Was machen wir denn am schlimmsten? So, erstmal dich können wir direkt essen Die Eine Tablette wiegt Ein Pfund 50 Also Eineinhalb Pfund So, na gut Oh, und die können auch nicht stacken Ja gut Das heißt Jeder wiegt vier Pfund Alter, was ist das? Kein Wunder, sie überladen sind Ich dachte, beide zusammen wiegen vier Pfund Ei, 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 ei Äh, nee, bleib da Du kommst da unten Das ist schon heftig Tja, so eine große Ration mit sechs Pfund Vielleicht können wir sowas wegwerfen Oder hier diese kleinen Dinger Tja, ist halt die Frage Bringt die Person auf Dauer was? Ich kann sie aber auch jetzt leider nicht entladen Oder? Kann man sie entladen? Nein, ne, ne Also eben, gibt's ja nur Reload Habt euch überlegt, dass das Magazin behalten und die Waffe wegwerfen In Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann mehr finden Wo es dann auch Sinn macht Aber Hä, wir sind jetzt wieder knapp unter 180 Wie lasst das mal so Und da würde ich mal sagen Weiter geht's in der nächsten Folge Äh Bis dann Bis dann